Das ist Assi. Ah, schade. Ja, ich weiß. Bald geht's los. Da, nochmal. Versuchen wir die Auktion nochmal. Diesmal anders. Jawohl. Nicht mal mehr 24 Stunden. Wollte ich gerade sagen. Wird wahrscheinlich auch auf YouTube hochgeladen. Warum? In allem reingehen jetzt. Das sollte keiner mehr. Top. Finger weg. Ich hab nicht mehr. Danke. Willst du dem Rave, der hier ist? Hier ist ein Party Rave. Das genau. Wo ist hier der Secret Rave? Ja, das Haus kann warten. Ich geh erstmal raven. 8K? Was? 8K. Höre den Rave, aber ich seh ihn nicht. Da unten muss der sein. Gemein, dass man da nicht hinkommt. Naja, gehen wir erstmal das machen, was wir machen sollen. Mit der Axt rumhauen. Ja. Für das Haus? Ja. Zum Glück sagt dir das Spiel immer, wie viel du eigentlich mitnehmen musst. Und die anderen sollten nicht drüber bieten, obwohl ich gerade gemerkt habe, dass du dann wirklich dein letztes Gebot so timen musst, dass keiner mehr unter 8K bieten kann. Also unter dem Betrag. Sonst stehst du nämlich da. Das ist blöd. Case to you, to us, Secret Space Fleet Arrival. Ja. Immer noch dahin, wo die coole Mucke herkommt. So. Danke, alles klein. Nein, ich sammle jetzt nicht mehr alles ein. Ich hab fast 1000. Ich sollte mal ne Lampe anmachen. Ich muss mich so zurückhalten, mich jeden Scheiß aufzusammeln. Weil sonst stehe ich hier morgen noch. Nur für den einen Bahn. Aber der innere Looter in mir fühlt Schmerzen, wenn ich es nicht tue. Es wird langsam, aber sicher einen Tod nach dem anderen. Deshalb muss ich wenigstens ein bisschen was machen. Follow an ein Foxel, let me now. Foxel, let me now. Der Typ ist eindeutig bekloppt. So. Green Fireball on the sky. Green Fireball on the sky. Was wieder? They are watching me. Oh, klar. Schauen die dich an, so blöd wie du bist. Oh, klar. War da gerade ein Schlüssel? Wieder übersehen. Habt? Nein. Zoom und die durch. Klack, klack. Ich krieg hier aus dem ganzen Gig nicht genug raus, dass ich die 8000 wieder drin hab. Keine Alien. Lasst mich hoch. Fox is on the watch. They are watching me. Wo ist das? Fox is on the watch. Was zum? Ach, ihr macht die Party. Jetzt hab ich's. Was hat dich nicht überzeugt, Nometris? Das Spiel? Oder die Hütte? Ne, ne, ne. Wegen paar hundert Mücken lohnt sich das absolut. Absolut nicht. Und? Es ist ja noch was dabei. Geht! Hm. Ist ja nicht nur die Hütte. Die Mine gehört ja auch noch dazu, für die wir gerade den Schlüssel... Oh Gott, Schlüssel. Schlüssel. Schlüssel suche bei diesem Spiel. Immer super geil gemacht. You'll never find the secret bunker. You'll never find the secret bunker. Sorry. Ja, und du hast Feuerball gehört. So, jeet. Da ist ein Traktor. Den können wir mitnehmen. Wenn wir genug Geld haben. Ach, fick dich doch. Üh. Winten, hier ist der Schlüssel drin? Nein, ein Staubsauger. Oder was auch immer. Muss mehr Bandible Trash finden. Ein Fuchs. Ein Seil. Ein Schild. Hüpf. Hm? Mir fehlt ein Dollar. Wollt ihr mich? Da ist er. So, Traktor abholen bitte. Danke. Geht dann wieder die Schlüsselsuche los. Na super. Hast du irgendwo einen Schlüssel? Nein. So. Also, hier unten wird er wohl kaum sein. So offensichtlich würde er den Schlüssel nicht verbunkern. Da lang geht's zum Bunker. Da wird er auch nicht sein. Da oben ist dann Spaß. Box ist on the watch. Hier ist ein Ausguck. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Hier steht was von wegen, sie werden meinen Bunker niemals finden. Das deutet mich ein wenig darauf hin, dass sie irgendwo was sein können. Aber. Negativ. Da ist auch nichts drin. Kriegt nichts drauf. Hier hängt Nüchte an den Posten. Alter, war ein Stuhl. Da war ich noch nicht. Oder ich hab's übersehen. Will nicht wissen, wie oft ich an dem Schlüssel schon vorbeigelaufen bin jetzt. Aber ich muss ihn finden, dann wird wieder sowas Ekels. Die Schlüssel sind halt teilweise echt absolut assi versteckt. Aber, diesmal haben wir das hier. Halt. Warm. Da waren wir noch nicht drin. Da ist noch ne Kiste vorm Haus. Ich hab das richtig gesehen. Jawohl. Entschuldigt, dass ich alles aufsammle. Ich kann nicht. Äh, äh, ham. Äh, ham. Äh, ham. Äh, ham. Äh, ham. Äh, ham. Entschuldigt, dass ich nicht alles aufs... Äh, dass ich alles aufsammle. Aber ich kann einfach nicht widerstehen. Kalt. 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 Warm. Aha. Also hier war's warm. Nein, hier war's kalt. Hier wurde es warm. Nein. Hier. Nein. Hier war's doch eben noch warm. Kalt. Warm. Irgendwo hier. Ach, das Ding ist es wahrscheinlich, was er mir anzeigt, oder? Ja. Ansonsten zeigt er mir hier wieder kalt an. Hm? Bluten. Rans, 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 rans. Ah, die Axt. Hallo. Hm. 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 Wir kriegen wieder neue Süßigkeiten. Ne, im Haus war's nicht warm, das war die, der, der, der Stuhl. Ich bin ja danach nochmal rein, da war dann wieder kalt. Hey, try to find key cards, you stupid aliens. Oh Gott. Hm? Hm? Fangen wir doch mal damit an. Für brauche ich key cards. Zwei Stück. Hm. 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 Ah ja. Ich sehe das. Ein Comic. Aber nicht der, den wir suchen. Aber hier muss doch noch was geben. Komm schon. Aliens go home. Hm-hm. Genau. Ja. Alles wird jung. Was auch immer das für ein Item ist, was wir hier haben. Hm. Also gehe ich mal davon aus, dass die key card hier nicht. Das gewesen. Ist nicht, was es ist. Fehlt mir die key card. Hier fehlt mir die. Da kann ich nichts sagen. Da kann ich nichts. Ich muss noch mal zurückkommen. Au. So. Da geht's. Hm. Sollte mir das immer noch. Das anzeigen. Ist kalt. Gut. Kalt. 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 Ich brauche den Schlüssel. Dieser verfickte Schlüssel wieder. Nimm mit. Nimm mit. Nimm mit, was du kriegen kannst, Kollege. Ding. Hm. Wir flattern weiter. Kalt. 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 Wo ist hier der verfluchte Schlüssel? Meine Güte. Ich werde gleich wieder nachschauen. Ich will euch nicht hier stundenlang zuschauen lassen, wie ich Schlüssel suche. Findet das eher unlustig. Also für Zuschauer. Hier ist wie gesagt nur das da. Das als warm angezeigt wird. Nix. Da ist nix. Oben ist nüchter. Unten ist nüchter. So ein Scheiß. Ich schaue noch einmal hier oben jetzt. Da ist nix. Da ist nix. Nichts drin. Nein. Da war auch nichts drin. Nein. Auch nix. Und auch nix. Boxes on the watch. Hier wo ich es erwartet hätte, hängt auf. Wählen noch zwei Keycards. Oder eine Keycard. Und der Schlüssel. Ich gehe mal ganz schnell auf Schlüssel. Mal kurz eine. Und. Okay. Da ist die Map. River Rock Barn. Ah. Key. So. Ah. 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 Ah, okay, I found my mistake. I found my mistake. Ich muss nur wieder da hinfinden. Moment, also, wir sind hier hoch da. Da muss ich lang. Hab den Fehler. Hab die Augen nicht aufgehabt wieder. Alles gut. So, ich hab's ja nicht kommen. Hier sollte eigentlich die Kart auch noch was sein. Bisschen laut. Hier sollte noch die zweite Keycard sein. Ah. Monument. Mal. Hä? Oh, der lockert uns. Nein, kann ich nicht. Ich sollte eigentlich die Tür hier damit öffnen können. Sag da mir. Ich muss genau auf diesen fucking Slot drücken. Okay. Spiel. Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Ja, da ist es. Tick, 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 tick. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick. Tick. Da piepst noch was. Ich weiß genau. Zack, 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 zack. Auf geht nicht. Auf geht nicht. Rent geht nicht. Also, nächste Keycard finden. Also, nächste Keycard finden. Ah, ja. Ah, ja. Boah. Wie ist das? Hallo. Alles zerhacken. Alles zerhacken. Hacken. So. Diese Keycards sind einfach so scheiße zum draufdrücken. Das war das Problem. Ich habe zwar nicht gesehen, wo hier die Keycard, äh, wo man hier den Key findet, aber ich habe halt gesehen, dass einen der Guide erst zu dem Bunker lotst und dann... Wo finden wir hier die nächste Keycard? Muss doch hier irgendwo sein. Wenn ich jetzt hier rein... Das darf ich nicht durch. So, wo ist die letzte Keycard? So, das Fiese ist halt auch, ich höre hier hinter der Wand was. Was passiert, wenn ich jetzt hier den Strom wieder anmache? Passiert da irgendwas hier? Nö. Da vielleicht noch was drin? Nein. Mir fehlt eine Keycard. Da rein. Hier den Raum haben wir jetzt komplett leer. Aber halt, ey. Dach nix mehr. Wollt ihr mich rollen? Ja, also ist Assi! Natürlich ist Ducky. Das ist ja, ich weiß, dass unser Planeten ist, und immer noch immer wieder zu besuchen, weil wir extra-terrestrieren leben können. Aber bis wir können sie sie holen und studieren, die Frage werden, ob die Aliens wirklich existieren, und warum brauchen sie so viel Moonshine? also wir wollen in die familie da oben ist der Projektor. Was gibt hier noch? Ich habe noch eine Kitab mit Gelbe. Oh, schön. Das gibt sicher Geld. Was haben wir denn noch fein lassen? Sehr viel Müll haben wir hier. Natürlich, ich habe genug. Ich habe bei allem mindestens 300 Leute. Warum werft ihr mir das? Ja, das Einsammeln. Ich habe schon gesagt, ich würde es feiern, wenn die Entwickler noch ein Item reinpatchen würden. Staubsauger. Mit dem du wenigstens den ganzen Junk raussaugen kannst. Also hier das ganze Holz. Also wenn du... Ja, weil... Ja, du kannst es gebrauchen, aber... Und ja, für jeden Lootgoblin ist es der... Alter... I want to believe. They mostly come at night. Mostly. I want to believe. Alien, go home. I see them in my dreams. Willkommen bei... Mulder und Scully. Oh nein, ich will alle einzeln anklicken. Nicht jetzt. Ich kann hier jeden einzelnen Scheißverkauf. Rote Kiekert. Dage 256. Die Spacefleet kam niemals. Ich bin bereit zu gehen. Nackig, aber nicht Angst. Vielleicht kann ich den Sonnen noch einmal sehen. Willst du... Nein. Das ist nicht dein Ernst, Nometris, oder? Nein. Bitte sag mir, dass du das jetzt einfach nur erfindest. Ich habe hier gerade keinen Crap, den ich... Also hier bei dem Zeug funktioniert es schon mal nicht. Achso. Ach. Schock mich nicht. Ich dachte jetzt schon, ich hätte die ganze Zeit hier... Uff. Ach. Teil mei, Trabbe. Doch sowas nett mit mir. Ich habe gerade an die Stunden gedacht, die ich damit vergeudet habe, zu klicken. Krämpfe in den Fingern! Krämpfe in den Fingern! Ich jetzt alle... Nein, ich habe sie nicht. Vielleicht nicht. Hier liegt echt gut Geld nur im Trash rum. Ah, ich hab eine rote und eine Runde. Also hier ist die rote. So, da wollen wir aber noch nicht rein. Wir wollen erst nur in die grüne, oder? Genau. So. Danke. Gut, als könnte man hier viel Zeug verkaufen. Nicht. Nicht. Auf, auf, auf. Da ist noch einer. Ja. 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 Der Kollege hat definitiv und amtlich zertifizierten Rattern. Noch irgendwas Interessantes? Nein, 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 ein Teller. Out there is a spaghetti monster. Ja. Ja, mit Rechtskleck drüber. Wie gesagt, irgendein Staubsauger-Item würde mir schon reichen. Oh, hier ist noch die Dusche. Denn ich warte in der Dusche. Denn die Dusche ist normal. Hey, wir haben eigenes Poster. Cool. Mehr gab's hier, glaub ich, nicht. Nö, die Dusche hatte nur unser Poster und ne Eimer. Will nicht wissen, wofür der Eimer gut war, deshalb hab ich ihn lieber entsorgt. Aus Gesundheit. Auf. Und das Geblieben. Da-da-da-da-da. Ist das Komik, was wir gebraucht haben. My precious. Item found. Ja, wir könnten jetzt zurückgehen. Wir könnten. aber... Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal die Mine an. Nein, es liegt keine Seife da und ich werde auch nicht danach suchen. Weil, wenn ich mich bücke... Also, ihr hört, wa? Wir sind in den Minen der Familie. Baby. Wir wurden aber nicht gefragt, ob wir uns gruseln wollen, oder? Ein Schlüssel. Kommen wir hier auch leichter rein. Ist das ein Raketenbooster? Ah! Los! Nice. Oh, cool. Oh nein, jetzt komme ich nicht mehr zurück nach Hause. Nooo! Hm-hm. Uh! Ssss! 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 Wir haben fast alle Items. Aber, ganz ehrlich... Mir ist egal. Wir können raus! Wir sind frei! Irgendwo habe ich was vergessen. Das ist absolut Wumpe. Weil, wir nehmen jetzt noch mit... El Traktore. Noch angewählt? Jawohl. Jetzt noch machen kann die. Kaufel upgraden! Nein, kann ich nicht. Kaufel teuer. Aha! Fuckers! Oh, ich war nur noch der Anhänger, der gefehlt hat. Nein, uns fehlt ein Item! Eins! Aber wir haben trotzdem dieses All Items. Hm. Ich frage nicht. Ah. Ja, geht. Mind more candy? Ja, bald habe ich genug. Schaut's aus. 3000. Waren wert. Oh ja, die Gitarre schaut scheiße auf. Lassen wir die mal. Die man es halt mit einer guten alten Gipsen macht. Einmal mit dem Wasserstrahler drauf und alles ist wieder gut. Das muss repariert werden. Das muss repariert werden. Das muss repariert werden. Okay, fangen wir doch hiermit an. Mit dem Kleinsten! Könntest du bitte... Hallo, Reparatur. Ah. Lalalalalalalala. Wir hauen mit dem Hammer auf den Mikroapparat. Valerie, Valerie, Valerie. Schnauzelhühner! Was haben die mit dem Ding gemacht? Warum hatten die überhaupt so ein Apparat im... Witzig. Testet! So, weiter reparieren. Betonmischer. Meisterzeug, Beton. Wenn du es wirst, machst du Beton. Ja, der war schlecht. Können wir hier unser... Interessant. Schnauze, du blödes Huhn. Nein, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Aber nicht. Greepy Guy hat eine eigene Musik. Da ist er. Abholen, bitte. Danke. So. Nuch, was wir reparieren müssen. Weil, wir wollen ja dann auch Zeug verkaufen. Das muss noch repariert werden. Dann haben wir alles. Genau, ich hau auf den Propangaskanister rum mit einem Hammer. Das ist eine saugeile Idee. Ah, wer macht das nicht gerne? Wundervoll. Jetzt wisst ihr auch alle, wie man einen Propangaskanister, der immer eine Delle hat, repariert. Einfach lang genug mit dem Hammer drauf. Gut es nicht. Komme, was wolle. Nein. Dollar für den Scheiß. Komm, wir haben ja 8000 für den Bude rausgeschmissen. Ihr seid doch alle. All den Knall nicht gehört. Wann ist jetzt alles Große? Nein. Bitte sagen wir. Nur Große Item. Ich habe ja gefunden. So, Laden ist voll. Trecker steht auch da. Was wollen wir dafür? Uh. Dann würde ich sagen. Jetzt nicht. Äh. Ja, der Liss. Ach ja. Sollte dann auch am... Klick. Ach. Aber nebenbei. Was haben wir denn heute zu tun? Buy-Jobs gleich. Wir haben ein Bitwars-Event und ein Bier-Held. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie es läuft mit dem Verkaufen. Und dann gehen wir zu dem Bitwars-Event. Oder was sagt ihr? Aber ich glaube, ich werde gleich erstmal kurz den Laden nochmal schließen. Weil ich habe auch schon einiges heute getrunken und müsste dann auch nochmal ganz kurz eine Trinkelpause machen. Ja, ist keiner mehr da. Dann schließen wir. Obwohl, ne. Äh, doch. Ja, nein. Doch. Ja. Machen wir schnell zu. Ich gehe am Computer, dass nichts passiert. So gut. Und dann... schicke ich euch gleich mal ganz kurz... ...Hause. Wenn mein Sound kommt! Und dann schicke ich euch gleich mal ganz kurz... ...Hause. Und dann schicke ich euch gleich mal ganz kurz.